Hallo Tetsch, Willkommen zu einer neuen Folge Ender Games mit dem Tarun, das bin ich natürlich und der liebe Seibertz. Sag mal hallo Seibertz, ah. Ja. Ja, das ist seine, hallo. Wissen wir immer so behindertreten oder was? Ja, ne, geht auch so. Ähm, ja, wir spielen ein bisschen, ähm, hier Ender Games mit den, mit diesen dreckigen Missgeburten hier. Hallo. Außer der da, der ist ganz okay. Geh los. Ah, ah, ah. 3, 2, 1. Achtung, Achtung, Achtung. Und 6 Eisen, ja, diesmal habe ich mich nicht verklickt wie vor der letzten Saison, Alter. Hö, scheiße. Absolute Scheiße. Da, ich gesehen, 3 Dias, 6 Eisen, ich, komm schon, gib mir die Items! Und dann, ja. Ist was passiert, was nicht passieren sollen und, ja. Es war nicht so schön. Weil dann hab ich da nicht aufgenommen. Das wär witzig. Nee, wär's nicht. Da ist einer so dumm, der baut mit seinen Fallen ab. Hö, schießt die die ganze Zeit. Damit bist du dumm, oder was? Also, manchmal gibt's echt richtige Missgeburten in, ich sag jetzt mal, der Produktion. Nee, komm, Bruder, das ist mal ein Spiel. Welcher Hurensohn, ja, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber welcher Hurensohn ist auf die Idee gekommen, in Endergames Redstone einzubauen? Wer? Wer? Nee, besser ist der Holzfaller, Kid. Hack, hack ihm bitte den Schwanz ab, jetzt im Ernst. Und vergrabt ihn. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich dich persönlich angesprochen habe, Gomme oder sonstige Leute hier. Aber... Schadenstränken hier, komm, ich fick dich auseinander als... als wärst du Brot. Brot. Oh, der hatte 6 Eisen, der nice. Oh, die sind freekills, man. Freekills. Ohne Ende. Das ist fair, kling! Der hat noch 4 Leben! Ich bin tot! Leutt! Hold die fresschen! Ja, ey! Weg mich ab, maan! Ja, go, mach! Vielleicht dein Karma! Töte einen, töte einen! Komm, geh auf das made. Das habe ich dumm angeguckt. Warte, bis ich gepostet werde. Oh, ich bin gepostet und hinter mich Samar. Der brennt gerade, der Typ! Sie sind fast hier gelaufen, obwohl er aufgehört hat zu brennen Fast für eine Logik Oh, alter Hat der Fulldia oder Sieht der nur so aus? Der sieht nicht so aus Es gibt ja Leute, die Machen, die ziehen ihre Skins so an Dass es so aussieht Ja, ne, der hat wirklich Dia Ja, ich seh, hä, ne Guck, er hat jetzt Lederrüstung Achso, ist das gerade kaputt gegangen Okay, dann ist das Techniker Ich hoffe, ähm Ha, Fulldia Ha Hurin, Sohn Äh, natürlich, bitte Bitte, bitte, achte auf deine Worte Krieg ich hin, krieg ich hin Oh, 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 nice, 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 nice Ja, nice Achtung, rechts von dir, rechts von dir Den kriegst du auch noch Den kriegst du auch noch Der passt nicht auf Ja, ich bin Ich hab nix Hardbanger, bitte was Komm, den kriegst du Ach, ich hab vergessen, den Timer zu stellen Verdammt, er sieht mich Ich hab vergessen, den Timer zu stellen Oh, oh, du wurdest geportet Was war das für ein Leck? Du wurdest geportet Ich hab wieder versucht, einen Turm zu bauen Da ist einer Ah, ne, doch nicht Das ist so ein Charm-Tick-Til Man, ey Alter, wie ist gerade bei mir leckt, Mann Ach, du Scheiße Ist ja keine, oder? Nein So, ich muss mich mal kurz sammeln Guck, dann habe ich während der Aufnahme auf einmal wieder so 50 bis 40 FPS Richtig locker, flockig Bin ich richtig zufrieden mit Aber Manchmal geht das bis zu 10 Bis zu 10 oder weniger Und das ist sowas wie Ich hab Standbild The Gatecrusher, was ist das denn? Maestro Ah, der hat nur Lederrüstung Go, go Nee, geh nicht Geh direkt offensiv, Mann Mit Bogen, da hast du immer Oh, wurde geportet Wurde geportet, Mann Okay, nicht mit vielen Äh Lebt der Turmbauer noch? Oh, verdammt Da ist einer Ah, das ist wieder der Full-Dia-Typ Der fickt dich, glaube ich Oder? Go, 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 go Nice Alter, willst du mich verarschen? Sei, boah, am Start Verdammt Was hast du denn jetzt gemacht? Mann Was ist? Da Das ist keine Voll, äh, richtige Äh, die hast du gemacht Bei mir schon Wie? Ist ja nur von einem Techniker Ja, aber ich hab die ganze dann Achso, nice, ehrlich? Ja, das kommt mir so vor Irgendwie Boah, da kann man ja eigentlich Ein richtig asoziales Team machen Weißt du wie? Dass du dann einfach einen Techniker Als Kollege bei dir hast Und der macht dann direkt die Kills Und dann gibt dir die ganze Rüsten Und dann hast du Full-Dia mit deinem Kit Und so, ne? Aber es wär schon asozial Das wär so OP, Mann Aber asozial Und OP Aber das Leben noch nicht viele Wurde geportet vor der Kiste, Alter Ah, der fickst du, Mann Du bist Full-Dia, Mann Die Runde gewöhnt Aber er ist ein verdammtes Kankuro Ja, und? Pack deine Skills aus, Tobias Pack deine Skills aus Nehmen die sind, Altius Zumal auch, äh, Dia-Schuhe Äh, Eisen... Weck dich Eisenbeine, Eisenhose Alter, wie du dich mit Bow-Wax-Pam, Alter Oh, geportet Ach, egal, ich hab ein Kill Ich dachte, Gott, du bist gestorben, Alter Das ist doch nicht der letzte, Mann Das kannst du gewinnen, Mann Du hast Full-Dia, fickt den jetzt, fickt den jetzt Go, 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 go Nice, 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 komm Ja! Alter, was ist das? Vergiftung Das machst du, Mann, das machst du Gold auf, äh Ich glaub, die Folge nenn ich Seibot geht ab Ne, Seibot, geht ab Alter, der Gegner ist grad am Brennen Lauf direkt zu dem Lauf direkt zu dem, Mann Ja, das ist der letzte Lauf direkt zu dem, der ist am Brennen Der ist gestorben Was? Hahahaha, ist gestorben Was? Lelele Ist am feuerschaden gestorben Lelele Es gibt gerade dein Herz Hab raus Ich will das genießen Ich bin schon rausgegangen, Alter Netzwerkwartung ab 23.30 Was? Warum das denn? Warum hab ich dich nicht aufgenommen? Wie, du hast nicht aufgenommen, was nicht aufgenommen? Warum? Was die Folge? Das war die ganze Runde ever Du hast ja keinen Fraps Noch nicht, aber es war trotzdem die ganze Runde ever Ich hab's ja drauf Du hast mich gespectated, was? Ja, hab ich Ich will die Folge Ich war, nee Doch Nein Ich will sie bitte Ich sag dann Folge von Karan Ich promote dich, okay? Ja, genau Ich will diese Folge Wieder 15 gewonnene Spiele Dann lad dir sie einfach bei mir auf dem Channel runter Dixi, mein Fall, ist doch viel einfacher Nein, gerade nicht Das ist echt Also es dauert richtig lange Wie lade ich sie runter? Bei dir zu Hause einfach mit einem YouTube-Downloader downloaden Dann hast du es direkt Also mit meinem Intro Dann schneidest du das Intro einfach raus Du hast ja von Media Erlaubnis Nee Wir gucken es noch, okay? Obwohl, ja doch Ich tu hier ein Intro rein Weil das die allererste Folge Endergames ist Und ich glaube Aber ja, apropos Jetzt kann ich mal ein bisschen sowas erklären Von warum in den letzten Monaten Keine Videos mehr gekommen sind Achtung Das ist gut, aber nicht schön Endergames ist gut Aber nicht schön So, warte, warte, warte Alter Umgehör Ja So Nee, egal Also Warum in der letzten Zeit keine Videos gekommen sind Liegt daran Dass mein Internet total am Arsch war Also Was weiß ich So eine mega betreffende Ich will das Internet Ja, ja Fick dich Ja, okay, mein PC auch Vier Fleisch in der Kiste Vier verdammte Stücke Fleisch Wenn ich die Dias jetzt nicht bekomme Aber an So Ähm Jetzt wieder Auf das Wesentliche konzentrieren Also Ähm Warum in der letzten Zeit Keine Videos gekommen sind Halt ich feste Ähm Liegt daran Dass halt mein Internet kaputt war Also am Arsch war Und auch mein PC In der letzten Zeit Nicht Alter jetzt Sag mal ruhig Das Weil ich auch nicht mitgemacht hat In der letzten Zeit Und auch beim Äh Ja, beim Seibert Sind es eher familiäre Probleme Beziehungsweise Blablatis Und das kann er ja selber Auf seinem Kanal erklären Falls er mal wieder ein Video hochlädt Äh, was kommt noch Auf jeden Fall Werden es wieder Hoffentlich Regelmäßig Videos Kommen Regelmäßig Videos Kommen So Dass ich mich selber Nicht belüge Sag ich mal Also dass ich selbst Das ganze durchziehe Weil es mir auch selber Spaß macht Außer mein PC macht nicht mit Wie ihr gerade seht Auf meinem Bild Äh, seht ihr echt fette Ruckler Das ist nicht gerade Also es ist gut Aber nicht schön Aber nicht schlecht So Egal Aber Auf jeden Fall Ähm Was Was ich so alles machen wollte Ich wollte mal wieder ein Horrorgame starten Also so ein Horrorlettsplay Muss ich aber noch überlegen Welches Oh, oh, oh Die Schutzzeit ist rüber Ähm Kill den, ich kill den, ich kill den Ich kill den, ich kill den, ich kill den Dann Was noch Ja Also Ende Games Serie Und ich dachte mir auch noch Äh Mit dem lieben Cybert Wird auf jeden Fall noch Eine witzige Ähm Nidhogger Serie Komm Habe ich dich gerade gekillt Ups Ah, ne Doch nicht Ich dachte gerade Ich hätte dich auswassigen getötet Mann Alter, Alter Du hast mich erschreckt Äh Ich dachte gerade Ich hätte dich zerrissen Ich bin gestorben Fünf Sekunden später Stirbt er Er hat gehackt Auf jeden Fall Ne, komm, keine Ahnung Hä, verstehe ich nicht An Fallschaden Feuerschaden Oder Lex Keine Ahnung Dass dein, dass dein, dass dein Hit spät gekommen ist Ich stelle es vor Auf einmal kommt die Hand nochmal zurück So Bam Tot So Ja Ja auf jeden Fall Äh Ja das habe ich jetzt schon Äh Das wesentliche erklärt Achtung, da kommt einer Ja ich seh's Links von dir Ich seh's Nein, rechts von dir Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir Ich seh keinen Ich schwöre dir Bis mich auf Arsch Ach, da ist einer Ja vor mir, ja Okay, jetzt wurde geportet Ja nice Ich stirbst Ich stirbst Ich stirbst Wir sterben Alter, Alter Alter, ich kann wegs Lol Hä, was soll das denn? Da schreibt einer Hure Hat das selber geleckt gerade? Das weiß das nicht Das schreibt nicht Jetzt im Ernst Nicht? Warte, ich such mal mein Handy Irgendwo ist da ein Handy Bin in 5 Sekunden Wieder zurück Bitte Bleiben Sie dran Nach der Werbung Jaja Ähm Ne Achso Du bist jetzt kurz auf K Okay Halt ich die Anmoderation Ja, liebe Leute Auf jeden Fall wird jetzt wieder aktives Laufen Ähm Oder ist ein Tempel Lass mal zum Tempel gehen Alter, diese Lex Hui Oh, supported 1334 Schritte Und ich habe Lex Wie ich weiß nicht was Ah, da ist er Naja Wie ihr gehört habt Da ist er wieder Alter Ja, Alter Ich habe heute Geburtstag Ja, er hat wirklich heute Geburtstag Ich wünsche ihm alle in den Kommentaren, liebe Leute Könnt ihr alle Entweder seinem Twitter Äh Ja, ich poste einfach mal Dein Twitter In die Beschreibung Da könnt ihr ihm alle wünschen Dank Dank Ja, klar Wenn nicht, dann seid ihr Richtige Missgeburten Nein, Huren sind Huren sind nicht besser Ja, okay Kommt drauf an Die Mutter kann nichts dafür Oder? Ja, stimmt auch wieder Aber Wir sollen die Zuschauer nicht irgendwie beleidigen Da ist einer Wir sind ja nicht Julien's Block Er wird dich töten, Mann Er ist voll gut Er ist ein Skelett Er töte dich Er wird dich töten Er wird dich sowas von töten Halt jetzt die Klappe, Mann Er ist tot Moment Warum hab ich ne Holzschwerte in der Hand Äh, bam Ähm Ist gerade einer unterwegs zu mir? Könntest du mir das sagen? Du wirst gewinnen Ehrlich? Warum? Du bist am fast besten ausgerüstet Am fast besten? Du brauchst nur noch ne Eisenbrust Dann bist du genauso gut ausgerüstet Wie der Jakub Jakub Hat ich angehört wie Jakult, ne? Jakult Keine Werbung Jakult Ich fand Jakult als Kind immer saulecker, ne? Hat dir gar nicht gebracht Was? Jakult? Tut mir leid Ich hab heute Rülps am Start Was hat dir bitte was gebracht Was du gerne gegessen hast als Kind, Alter? Bitte, sag mir eins Müsli Ja, von den ganzen Fruchtzweigen Hab ich Muskeln bekommen Ich bin ein Stier Was hat ein Stier mit? Hab ich gesagt, das ist was damit zu tun hat Da ist einer Da ist einer Links von dir Oh fuck Ich wollte die sechs Eisen Mann, hör auf Mann, hör auf Bist du dumm? Hinter dir ist einer Ja, aber die sechs Eisen, ne? In der Truhe Ist mir egal Das wirst du in der Aufnahme sehen Wie die dich die ganze Zeit weg Als Als wäre das einer Der das ges... Oh Das ist der, der am besten ausgerüstet ist Da war gerade in der Kiste Du hättest ihn einfach sollten töten Und der portet sich Oh, MLG MLG-Shot, Leute MLG Das sieht dir der Aufnahme so geil aus, Alter MLG, Leute MLG Was für ein geiler Shot das gerade war, Alter Oh mein Gott Der war ja mal mega episch, ey Das musst du sehen, Alter Super, ich hab keine Dingens dabei So, komm, kill die anderen Du wirst gewinnen Wie dumm bist du eigentlich? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ich bin so dumm, ich bin so dumm Ich glaub, da ist ja gerade einer gestorben Wie, ist da in meiner Nachbar gestorben? Das wär voll lustig gewesen Oder? Ich glaub nicht Alter, du bist wirklich so dumm, dass ich... Du bist so dumm Ich hab mich fast selber getötet, ja Aber nur fast Ich, ich, ich hätte dich ausgelacht Aber so richtig fast Soll ich die Folge nicht lieber der größte Fail ever nennen? Irgendwie so Nene, das machst du mit unserer Singleplayer-Welt Singleplayer-Welt? Wo du den Block dahin gesetzt hast und wieder weggemacht hast und gestorben bist Ja, ne, die Folgen... Ich kann's einfach so rein Ja, ne, das Problem ist, die Folgen hab ich gar nicht mehr Was? Weißt du, wie viel Plan... Die waren ja ungerendert, ne? Weißt du, wer dich gerade spectated? Und du? Nein Also auch, der andere heißt Gold-Need-Zitrone Okay Auf jeden Fall, ähm... Du wirst gewinnen Du bist einfach am besten ausgerüstet Ja, dieser, dieser... Hä? Du wirst gewinnen Meine Eisenschuhe sind tatsächlich da geblieben, bist du dumm? Warum das? Alter, wa... Was ein Scheiß, ne, Alter? Dann hat natürlich der Endergames-Gott nix besseres zu tun, als mit ihm Die Schuhe zu klauen, ne? Uhrensohn So Auf jeden Fall, ähm... Das ist ein, oder? Nein Die Folgen hab ich alle gelöscht, weil, äh... Die haben ungefähr so richtig 200 GB weggeholt, einfach nur, weil sie ungerendet waren Und das war nur so... Du wirst bei mir im Boden Wie lange haben wir aufgenommen? 6 Stunden oder so? Ja, irgendwie so Ja, wir haben hier richtig lange aufgenommen Ah, super, jetzt hab ich wieder nicht genug, Alter Hab ich nicht genug Lauf zum nächsten Gegner Ich will Action sehen, das ist sehr langweilig Ja, Moment, Leute, Moment Gleich geht die Action wieder los Ich brauch noch Holz Schon wieder? Du hattest doch gerade einen Baum Ja, ich dachte auch, ich hätte die Eisenschuhe noch Aber, äh, da kam der schöne Port Dem ich am liebsten... AAAAAAAA Hab ich mich erschreckt So, Mann Okay, warum auch immer ich mich jetzt gerade hochgebaut hab, bitte, du Scheiß Achso Du bist schon woanders Achso, ja Ja, bin ich Äh, 28 Oh, 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 oh Weißt du, wie viele goldene Äpfel ich mir machen kann, Alter? Mach einen OP-Apfel, wenn's geht Wenn du genug hast Würde nicht reichen, glaub ich Das wär so geil, wenn man eine OP-Apfel könnte machen Könnte man ja, aber das würde dauern wie, äh, Brot Auf jeden Fall Ähm Kann man überhaupt ein Ender-Portal hier machen? Bestimmt Aber, das ist eigentlich... Wird lange dauern, wir müssen mal so eine Runde machen, äh Wo jeder jeden kennt Ja, wo man die ganze Zeit Ne, 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 wo man einfach die ganze Zeit wegrennt vor dem Gegner So richtig Die hat so einen Schutz 5 So, die, die ja Spitzhacke Ähm, ob sie denn abbauen, Feuerzeug und probieren, ob das End geht Die ja Schwert Bei mir auch Bei mir, ich hab genau das gleiche Dann gibt es den, äh Einen der, die ja Helm Die ja Brust Äh, nein Ja, aber das Wissige Eisenbrust, äh, die ja Schuhe Ich hab drei Goldäpfel und so und auch so, ähm Pixelcraft, der ist scheiß ausgerüstet Das ganze wird sich sau easy entscheiden Äh, weil Zielsucher und so, okay Und so Lauf bitte zu den anderen Gegnern Ich bin gerade unterwegs Achtung, jetzt kommt Action Äh, wie viele Blöcke, wie viele Blöcke? 80 80 und geradeaus Ich glaube, ich weiß, wo er ist Geradeaus, Digga Rechts 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 Siehst du ihn? Ja, ich seh, ich seh, ich seh Äh, okay, ich wurde weggeportet Genau in dem Moment, wo ich angekommen bin Die drei sind, äh, beieinander Beieinander? Alle drei sind jetzt im Kampf Alle drei Und ich bin 270 Blöcke entfernt, alter Willst du mich verarschen, Jesus? Okay, einer ist tot Das ist wirklich der Jesus von Endergames, alter Oh, komm Okay Lass mal als Propheten einfach den Typen wegfahren Der, der Pixelcraft hat 22 Abgeräumt Ne, der Gamerpad Abgeräumt Gamingpad, oh oh Ja, ich seh's gerade Der ist, der ist sehr gut Der ist sehr gut Wurde er gehittet? Wurde er wenigstens Aber er hat, äh, ein Goldapfel Okay, äh, soll ich Irgendein Potion drauf oder so Keine Ahnung Warte, ich ess mal schonmal meinen Goldapfel Wie weit ist er weg? 100 Blöcke noch Ja, komm, gib erst Er ist gut ausgerissen Ich kann den Bow spammen, wie ich weiß nicht was, alter Also wenn er direkt offensiv gehen will, werde ich ihn zuerst mal mit dem Bow Er kriegt Schaden, er hat sich selbst vergiftet Los, du musst Komm, schnell Er ist selbst vergiftet Ja, er, er läuft weg, oder? Ja Hey Er hat ein verzaubertes Schwert, er schießt mir den Bogen Aua Das leckt gerade ein bisschen Ich hab Standbild Was ist passiert? Du bist noch nicht dort Okay Ich wurde gebrottet Ich hab mega lex gerade Ich hoffe, es beruhigt sich gleich wieder Alter, du Huren soll man jetzt Halt die Fresse Ich kann das auch, das kann ich auch Das kann ich auch, das kann ich auch Das kann ich auch, das kann ich auch 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 Doch klar Ich hör die ganze Zeit Ding, ding, ding So, jetzt Jetzt Döt ihn Döt ihn Ah, Mann Alter Falter Hat der lange gebraucht GG, Hurensohn Mein Gott Ich hab noch Druck auf Nix getroffen Ja, soll mal Eine Runde des Cinegames Aber ich glaub, dann mach ich da zwei unterschiedliche Folgen Das waren bestimmt 20 Minuten Glaubst du? Ja, ich glaub schon Zweimal Ender Games und einmal Cinegames Also, kommt drauf an, wie lange Wann wirst du jetzt sagen Auf Wiedersehen? Ja, genau Das würd ich jetzt sagen Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen Mit der neuen Folge Ender Games Die ich auch hoffentlich Die ganze Zeit Oh, da seht ihr Reelsab ist offline Die ich jetzt die ganze Zeit Urlauben werde Es wird auch noch heute Vielleicht eine Cinegames Folge Raufkommen Wenn ich mich Mit dem Schneiden rangebe So, egal Ich wünsche euch noch Einen wunderschönen Tag Und Daumen hoch Und abonnieren Falls ihr nichts mehr verpassen wollt Nicht vergessen Und ja, wir sehen uns dann vielleicht Zur nächsten Folge Bis dann Tschüssi